Aldemar HD Toll Hey Leute, hier ist Aldemar mit Chopper Ein neues Spiel auf Steam Und zwar sind wir ein Hubschrauber Der Menschenreben netten uns Okay, soviel dazu Los geht's, sehr leicht zu erklären Hilfe, Hilfe Stage 1, oh, das sieht ja cool aus Safe Person Unarmed Komm auf meine Leiter, mein Sohn Okay, den haben wir Dann zurück Ups Hey, die Mission hat gewechselt Okay, Stage 1 Safe Person Unarmed Guck mal, das ist ein Vogel, Baby Können wir den mitnehmen Ja, wir kommen Wir helfen dir Was machst du denn noch da oben Ey, es kommt los Zurück zum Punkt Hör mal die Eier damit That's gonna leave a mark Oh, scheiße, unharmed Runter da, schnell Wuhu Guck mal, wie es sich am Floß festhält Stage 1 completed Wuhu Ja, das ist ja geil Dieser Beat Oh, hier ist Geld Das spielt sich ziemlich gut Oh, durch den Rauch geht das Wir kommen Oh, ich gucke mal Ist ein bisschen verrust Oh, yeah Kann ich einfach daran vorbeifliegen oder Ich glaub nicht, ne Wir müssen hier warten Wee Stalling Nein, Stalling Okay Das sind Möwen Ich glaub, die sind fies Ein bisschen aufpassen Lass die nicht in unseren Rotor fliegen Die Dreckssäcke Oh, scheiße Mann, ich erschreck mich da auch Alter Gott, ey Nein Oh, scheiße Guck mal, da ist der andere Hubschrauber Nochmal Okay Was macht denn der Ach so, da oben ist eine Möwe Die ist verkohlt Wir kommen Nein, nicht ins Feuer Cool Beans Yeah To the max Nicht ins Wasser Das ist bestimmt heil Oh, das Geld Seht ihr das? Halt Du musst das für mich aufsammeln Mein Sohn Gott, ey Die sind ja wirklich suicidal Yeah Du bist der Beste Schnell Oh, das explodiert nicht Hör Yeah Haben wir wieder Fünf Münzen Was sind das denn für Ölbohrtürme? Was ist das denn hier? So eine irgendeine Drohne Okay Hör Ah Mann Mein Herz Jesus Maria No Panzer, Motor, Leiter Machen wir mal Panzerung Start Ich will das da haben Komme ich da irgendwie dran? Hör Oh Was ist denn jetzt los? Hör Hör Ah, da komme ich nicht dran Scheiße Replay Ach, da geht es ja gar nicht lang Oh Mann, ey Toll Ich bin schon voll am Funken Zu viel zur Panzerung Hey Nein Guck mal Get to the chopper Wow Juhu Eins Wie in einem Film Yeah Ich brauche die Sonnenbrille Ich muss ein cooler Hubschrauberpilot sein Die haben immer Sonnenbrillen auf Hang on Okay Das sind noch keine Delfine Nein, bleib da drin So, zurück mit dir To the max Wie bist du denn überhaupt da hingekommen? Du Lappen Wow Shit Oh, jetzt muss ich aufpassen Das können wir nicht mehr so Umtollen Yeah Der Beste Oh Shit Egal Kein Problem Nein No Schnell Ja Wir haben ihn Ich dachte Er ist tot Scheiße Ah Nix passiert Alles beabsichtigt Diese blöde Maus Oh Shit Hör Warte Warte Ich komme Wo ist denn der hingeflogen? Ich komme Ich komme Ich komme Ich komme Ja Ich schaffe Alles Ich bin einfach Der Beste Ah Ah Oh Shit No Wir sparen mal die Punkte Ich will mal Motor upgraden Upgrade So, das ist gut Start So Ab nach unten Do you have any idea How much this thing eats gasoline? Oh Oh, scheiße Ja, nicht so viel Keine Ahnung Jetzt mal hier gucken Hm Was haben wir denn hier? Okay Absetzen Oh yeah Oben bleiben Wir stallen Aber ich kann das Yeah Kann ich auch irgendwie abwerfen? Oh yeah Sehr gut Ace Miau 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 Oh Gott Bitte was? Alter, im Ernst? Warte mal Das kann sich bewegen, oder? Okay Hier gibt es andere Hubschrauber Starter Rescue 150 Da muss ich immer lange spielen Blue Falcon Ah, guck mal Classic Steam-Powered Auch geil UH-84 Chinook Noch einer Desert Oh yeah Appellate Red Camel Und ein Mega-UFO Traktorbeam Und ein Hot-Air-Balloon Spark Immunity Ja, ist ja geil Oh, was ist denn? Doppelte Doppelte Münzen Kriegen wir Mit dem hier Coin-Doubler Uh Spark Immunity Guck mal Wie geil ist das denn? Äh, wir haben 31 Punkte Äh Nehmen wir Start Nochmal Ulrich Survival New Start Survival Okay, probieren wir mal Survival aus Start and Save Äh Oh, andere Richtung Da, es regnet Geld Oh, das Oh, shit Oh, ah Pinkfong-Ball Noch mehr Geld Oh, hier können wir Geld farben Ah, scheiße Hier können wir gut Geld farben, glaube ich Replay, das ist gut Ah Oh, scheiße Okay, replay Oh, scheiße Ich hab ne Ich hab ne Tonne auf mir gehabt 100 103 Diese blöden Tonnen Woo Nein, nein, bitte nicht Geh weg, geh weg Ah 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 68 Nein, ne Möwe Ne Möwe Guck mal da Dreck 3 Münzen Au Oh, scheiße Komm her Warten Sie Warten Sie Ah Leviosan Der Leviosan Copter Oh Oh Es tut mir leid That's gonna Leave a mark Okay Ah, er lebt noch Er lebt noch Ich dachte, der wäre tot Ich komme Halten Sie durch Olaf Yeah Nein Leute Das war Chopper Mir hat's gut gefallen Das war nur ein kleines Angespiel von mir Hat Spaß gemacht Hat's euch Spaß gemacht Euren Senf in die Kommentare Und ich würde sagen Bis dahin Haut rein, Leute Nguha 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 Nguha